Sie wollen einen Kurs am Sprachenzentrum der Universität des Saarlandes besuchen? Kein Problem, Sie müssen dafür allerdings ein Benutzerkonto haben. Wie Sie sich online registrieren, um solch ein Benutzerkonto zu erstellen, zeigen wir Ihnen jetzt gleich in diesem Video. Gehen Sie bitte erst einmal auf die Website des Sprachenzentrums. Die Adresse ist www.szsb.uni-saarland.de. Klicken Sie nun links auf Neu hier. So kommen Sie auf eine Seite mit vielen wichtigen Informationen für neue Benutzer. Um jetzt ein Benutzerkonto zu erstellen, müssen Sie auf der rechten Seite auf Registrieren klicken. Damit gelangen Sie zum Registrierungsformular. Tragen Sie hier bitte Ihre persönlichen Daten ein, also Name, Adresse, E-Mail und so weiter. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Vornamen und Ihren Nachnamen nicht verwechseln. Bei Organisatorische Angaben wählen Sie die Hochschule, an der Sie immatrikuliert sind oder arbeiten, zum Beispiel Universität des Saarlandes. Klicken Sie dann Ihren Status an, also Student, Gasthörer, Mitarbeiter oder externer Kunde. In das nächste Feld geben Sie Ihre Matrikelnummer oder Personalnummer ein. UDS-Studierende finden Ihre siebenstellige Matrikelnummer zum Beispiel auf Ihrem Studierendenausweis. Geben Sie dann Ihr Hauptstudienfach an, in unserem Beispiel Psychologie. In das Feld Studienbeginn fragen Sie bitte ein, wann Sie angefangen haben, an der UDS zu studieren. Dann geben Sie noch ein Passwort für Ihr Benutzerkonto ein. Beachten Sie dabei die Vorgaben für die Passworterstellung. Und vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Sie können das Passwort nämlich nur persönlich am Sprachenzentrum zurücksetzen. Zum Schluss akzeptieren Sie die Nutzungsordnung und die Geschäftsbedingungen des Sprachenzentrums und klicken auf Weiter. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird auf einer neuen Seite Ihre fünfstellige Benutzernummer am Sprachenzentrum angezeigt. Schreiben Sie diese Nummer am besten gleich auf, denn nur mit dieser Nummer und dem von Ihnen ausgewählten Passwort können Sie sich für Kurse anmelden, Kursmaterialien herunterladen oder Online-Tests machen. Übrigens, wie Sie sich für einen Kurs anmelden, zeigen wir Ihnen in einem anderen Video. Das Sprachenzentrum. Mit uns kann man reden.